Hi Freunde, wer möchte programmieren lernen? Naja, lernen muss es eigentlich gar nicht mehr. Kann es selbst noch nicht glauben, gestern habe ich angefangen mit Hilfe von ChatGPT programmieren zu lernen und es ist einfach super einfach umzusetzen. Ich habe es aufgenommen und werde die ersten Schritte zu meinem allerersten Code zeigen. Von der Installation bis zu dem Punkt, dass der Code funktioniert hat, brauchte ich ungefähr 2 Stunden. Also da wir uns nicht mehr fragen müssen, wie wir den Code schreiben, können wir uns rein auf die Ziele fokussieren und müssen nur noch die richtigen Prompts eingeben. Mein Ziel in dem Fall sind einfache Bilder, die von MidJourney generiert wurden, auf eine 4K Qualität hoch zu skalieren. Und das Ganze per Knopfdruck. So, also erstmal sagen wir ChatGPT die Ausgangssituation. Ich möchte programmieren lernen mit Python oder Python. Ich habe mich vorher informiert, dass es ein Programm namens Studio Visual Code gibt, das man eben braucht, um diesen Python Code dann laufen zu lassen. Dann habe ich ihm noch angegeben, dass ich Windows nutze. So, und wie gesagt, ich kann nicht coden. Ich habe noch nie eine Zeile Code geschrieben, außer vielleicht mal in CSS. Also im Webdesign ein bisschen rumhantiert, aber sonst überhaupt nicht. Schritt 1, Python installieren. Wir kriegen sogar den Link, wo wir einfach nur noch draufklicken müssen. So, dann kommen wir auf diese unübersichtliche Seite. Hier komme ich erstmal nicht weiter. Dann dachte ich mir, überspringen wir den Teil für jetzt und gehen direkt drüber zu Visual Studio Code. Downloaden es, installieren es, zurück zu Python. Ja, was könnte ich nehmen? Bin mir immer noch nicht sicher. Egal, erstmal zurück zu Studio Code. Das nimmt uns auch schon an die Hand und sagt, dass wir hier noch Git SCM brauchen. Das wird von einer externen Website runtergeladen. Wir vertrauen einfach dem Programm, laden es runter, zurück zu Python. Und wenn wir nicht weiter wissen, einfach Chat-GPT fragen. Hier kopiere ich den Seiteninhalt. Füge es ein mit der Frage, welche ich installieren soll. Dann sagt er mir, ja guck doch mal du Dully, was du für ein Betriebssystem hast. Ah ja, verständlich. Windows Installer 64-Bit runtergeladen, als wäre nichts gewesen. Das installieren wir. So, während Python installiert, können wir noch Git installieren. Hier hat er mich dann durch 25 Steps geführt, die ich anklicken muss. Ich habe das alles auf der Standard-Einstellung gelassen, bis auf hier. Da habe ich einfach mal intuitiv Visual Studio Code ausgewählt. Weiter, 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 weiter. Den Rest habe ich auf Standard gelassen. Wird schon richtig sein. Genau, dann wird das Ganze auch installiert. Danach sollten wir noch die Python-Extension installieren, damit man Studio Code eben diesen Code auch beibringt. Beziehungsweise, damit er diesen Code abrufen kann. So, mit dieser Zeile beginnt wahrscheinlich jeder das Coden. Print Hello World, das heißt einfach, es soll als Text ausgegeben werden. Wenn wir dann hier auf Run Python File klicken, müssen wir erstmal einen Speicherort raussuchen. Hier habe ich einen separaten Ordner in D angelegt. Genau, nenne das Ganze mal erstes Projekt. Und unten sehen wir, der Text wurde ausgespielt. Hello World. So, zurück zum Code Interpreter. Okay, ich habe alles installiert. Jetzt möchte ich, dass du einen Skript schreibst, der Bilder mithilfe einer API hochskaliert. Hochskaliert, richtig falsch geschrieben. Dafür gibt es bei Dream Studio eine API von Stability AI. Eine API ist quasi eine Programmierschnittstelle, wo ich die Features, die ich normalerweise über das Tool der Website abspielen würde, direkt per Code integrieren kann. In dem Beispiel wäre das eben Dream Studio. Du kannst natürlich Bilder auch auf der Webseite hochskalieren. Nur wir wollen eben, dass das per One-Click und eben in diesem Skript passiert. Wir sagen dann quasi dem Code, hier nutze diese Technologie, das ist mein Verbindungscode, das ist dann dieser API Key. Der ist dann eben immer accountgebunden und immer individuell. Genau, und der Skript arbeitet dann eben im Hintergrund. Jede Software, die eine API anbietet hat, meistens auch eine Dokumentation, wo sie die verschiedenen Schnittstellen beschreibt. Hier haben wir zum Beispiel das Image Upscaling. Das wollen wir ja. Das heißt, wir kopieren den kompletten Text der Seite raus, damit wir diesen Teil ChatGPT anlernen können. Das ist super wichtig, damit ihr den richtigen Code am Ende bekommt. Einmal die Rechtschreibung korrigieren. Genau, dann schreiben wir hier, ist eine Copy der Docs, also eine Kopie der Dokumentation. Wir reden natürlich im Slang mit ChatGPT. So, das Ganze füge ich wieder mit drei Rauten ein, damit er auch genau weiß, wo der Code anfängt und aufhört. So, und dann fängt er auch direkt an, drei logische Fragen zu stellen. Sie haben erwähnt, dass Sie Bilder im Verhältnis 16 zu 9 hochskalieren möchten. Haben Sie eine spezielle Auflösung im Kopf, die Sie hochskalieren möchten? Genau, da sagen wir dann auch direkt, ja, ich hätte die Bilder gerne in 4K-Qualität. Dann stellt er die zweite Frage, welche Engine möchten Sie verwenden? Da gibt es eben verschiedene Modelle, die verschiedene Ergebnisse bringen sollen. In dem Fall schneller und günstiger, aber dafür in der Qualität nicht so hoch. Und einmal langsamer, aber dafür hoch in der Qualität und teurer. Genau, hier wusste ich nicht, was ich nehmen soll. Deshalb frage ich natürlich nach. An der Stelle war übrigens das Projekt schon zum Scheitern verurteilt, zumindest mit der API. Wenn du weißt, warum, kannst du es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Genau, dann bezogen auf die erste Aussage stelle ich die Frage, welche würdest du empfehlen bei der Qualität? Drittens haben Sie bereits einen API-Schlüssel von Stability AI. Den brauchen wir nämlich, damit der Code überhaupt funktionieren kann. Dann sage ich jetzt ja, weil den haben wir im Account. Genau, dann sagt er uns direkt, was 4K in Pixeln bedeutet, in einem 16 zu 9 Verhältnis. Genau, dann schlägt er uns hier dieses Modell vor, Stable Diffusion X4 Latest Upscaler. So teuer kann es ja nicht sein, deshalb ist mir das in dem Punkt auch relativ egal. Genau, und dann fängt er an, hier den Code auszuspucken. Dann gibt er uns noch den Hinweis, welche Dinge wir im Code ändern müssen. Einmal ist das der Pfad zu den Bildern, wo wir sie hinterlegt haben, also auf der Festplatte. Und, genau, wir müssen unseren API-Schlüssel oben eingeben. Ja, und ich dachte mir, wow, super, ich habe in ein paar Minuten meinen ersten Code geschrieben. Ja, und dann hat er mir gesagt, du musst erstmal dieses Stability SDK installieren. Genau, dann bin ich hingegangen, habe das Ganze erstmal ignoriert und habe direkt ein bisschen greedy gefragt, kannst du mir zwei Varianten geben? Einmal die kostengünstige und schnelle Variante und einmal die teure und langsame mit höherer Qualität. Genau, dann gehe ich nochmal darauf ein, dass alle Bilder, die sich in dem Ordner befinden, hochskaliert werden sollen. Ja, und das ist auch kein Problem, da gibt er uns dann auch hier die kostengünstige und schnelle Variante und die teure Variante. Und so, ich dachte mir, ja, dann kann es ja losgehen. Dann habe ich hier zwei schöne Beispielbilder rausgesucht und habe sie dann in diesen Ordner eingefügt. Sobald man die Bilder in den Ordner reinlegt, kannst du sie auch in dem Programm Virtual Studio sehen und dir dann auch dementsprechend angucken. So, und hier sehen wir auch schon, dass, wenn wir reinzoomen, es auf jeden Fall pixeliger wird. So, ich habe dann den Code kopiert, dann kam der Trigger Point. Ich wollte dann nach Anweisung hier Stability SDK installieren. Ja, und roter Text stand noch nie für Erfolg. Naja, was machen wir? Wir kopieren den Error ins Fenster, sagen ihm, was Sache ist und so können wir direkt testen, wie das Troubleshooting mit ChatGPT funktioniert. Genau, er sagt auch direkt, worum es geht. Der Fehler tritt auf, wenn Python oder PIP nicht korrekt in ihrem Systempfad installiert sind. Und Step 1, Python deinstallieren. Step 2, Python installieren. Diesmal dachte ich, ich bin schlau, leg es direkt in D zu den Bildern. Python installieren. Dann dachte ich, ich mache einen kurzen Pfad, damit ich auch direkt weiß, wo Python liegt. Installiert, a few moments later, Python deinstalliert. Das hat auch nicht funktioniert, aber das erspare ich euch. So, und dann kam ich irgendwann zu der Lösung, dass wir Python aus dem Microsoft Store runterladen müssen. Und ich sage euch, wenn ihr Windows-User seid, seid entweder schlauer als ich oder nutzt einfach hier den Microsoft Store. Damit hat es direkt funktioniert, ohne Probleme. So, dann habe ich einfach die Schritte aus einem alten Troubleshooting von eben genommen und diese reinkopiert. Und du siehst, hier wird da alles sorgfältig installiert. So, und der Code war ready to run. Dachte ich zumindest. Ja, haben wir einen neuen Fehler, gleiches Prozedere. Wir kopieren es einfach wieder und fügen es bei ChatGPT ein. Jetzt sagt er das, kannst du mir helfen. Zum Glück hat dieses Programm Geduld. Dann habe ich ihm das Bild gezeigt, das ich hochskalieren möchte. Dann habe ich ihn gefragt, ist die Software zu schwach, beziehungsweise zu limitiert. Genau, und dann sagt er mir, dass ich ein Dulli bin und dass es doch schon in Docs steht, dass du nur bis 1024 Pixel hochskalieren kannst. Dann sage ich ihm, danke Meister, entschuldige meine Dummheit. Kennst du ein anderes Programm, das wir nutzen könnten, beziehungsweise dessen API wir nehmen könnten? Dann sagt er, natürlich kann ich das. Denkst du, ich bin dumm, so wie du? Probier mal Deep AI Image Upscaling API. Ja, und das habe ich dann auch getan. Dann sagt er mir noch, dass die Nutzung in der Regel kostenpflichtig ist. Genau, und dann bin ich rüber zu deepai.org. Habe mir da einen Account mit Google erstellt. Das geht super schnell. Habe mir dann mit PayPal 5 Dollar aufgeladen. Habe dann ChatGPT gesagt, okay, ich habe mir ein bisschen Guthaben auf Deep AI geladen. Lass uns erstmal mit einer 3K Qualität starten. Hier hatte ich dann ein bisschen Angst, dass er mir in einem Zug das ganze Guthaben wegsaugt. Da wollte ich mich erstmal ein bisschen rantasten. So, und das ist so geil. Er sagt dir halt dann direkt, was du machen musst. Das hauen wir unten links rein. Er installiert es. Was er auch immer da installiert, ich habe keine Ahnung. Aber es ist auch egal. Genau, dann habe ich ein neues File geöffnet. Habe es umbenannt. Wenn wir eine Route schreiben, können wir immer Text hinzufügen. Um es zuzuordnen, habe ich es einfach Bilder auf 3K hochskalieren. Deep AI genannt. Genau, kopieren dann den Code. Gehen dann zu Deep AI. Ich habe jetzt hier einfach Pay As You Go genommen. Genau, hier steht, wir können mit 5 Dollar 100 AI Generator Calls durchführen. Ich wollte jetzt hier kein Abo abschließen, deshalb ist die Pay As You Go Variante natürlich sehr gut geeignet. Und ich bin auch immer sehr froh, wenn Softwareanbieter sowas anbieten und man kein Jahresabo abschließen muss. Genau, hier kopieren wir unseren API Key. Den kann ich dir natürlich jetzt nicht geben, weil du sonst mein Guthaben wegsaugen könntest. Deshalb ist es wichtig, die nie zu leaken, zu teilen. Ich hoffe, das passiert mir hier in dem Video nicht. Ich muss einiges zensieren. Und wenn ich was leaken sollte, dann Bon Chance, viel Spaß mit dem Guthaben. Genau, diesen API Key müssen wir dann einfach hier bei Set Your Deep AI API Key einfügen. Wichtig ist, dass ihr das hier zwischen diesen zwei offenen Gänsefüßchen macht. Sonst funktioniert es nicht. Als nächstes müssen wir noch das Verzeichnis angeben, wo die Bilder liegen, die wir hochskalieren wollen. Genau, das sieht dann bei mir so aus. D.doppelpunkt slash Python Projekte slash Auch hier ist es wichtig, die Gänsefüßchen da zu lassen. So, dann ist die Rakete ready to start. Wir klicken oben auf Run. Ja, und dann ist erstmal gar nichts passiert. Und ich dachte mir, ja, super, dann kopiere ich halt wieder den Text und gehe jetzt zu ChatGPT zurück. Und dann, boom. Auf einmal lagen zwei neue Bilder in dem Ordner. Genau, du siehst, wenn ich hier in das Original reinzoome, ist es verpixelt. Genau, und hier haben wir das hochskalierte. Es ist ein super schönes Ergebnis, muss ich sagen. Genau, und bei der süßen Ratte genauso. Wenn wir reinzoomen, wird es ziemlich verpixelt. Ja, und hier ist das hochskalierte Ergebnis. Man muss dazu sagen, Fell ist natürlich auch nicht sehr einfach hoch zu skalieren. Aber mir gefallen die Ergebnisse sehr gut. Dann hat mich natürlich interessiert, was kostet der Spaß? So, und wir sehen, wir haben noch 4,90 Dollar auf dem Konto. D.h. es hat 10 Dollar Cent gekostet. Ist relativ teuer, aber mit der Subscription, also mit der anderen Auswahl, kann man wohl 500 Bilder für 5 Dollar generieren. D.h. da würde ein Upscaling 1 Cent kosten. Aber für den Test reicht mir das auf jeden Fall aus. Genau, meine nächste Bitte war dann, das Ganze auf 4K hoch zu skalieren. Darauf hat der Bot mir gesagt, du hast schon wieder nicht richtig gelesen. Die API skaliert das Bild automatisch um das Vierfache. Was bedeutet, dass die Höhe und Breite des Bildes jeweils verdoppelt werden? Genau, es gibt keine direkte Möglichkeit, dieses Modell dazu zu bringen. Aber ChatGPT wäre nicht ChatGPT, wenn es keine Lösung hätte. So, dann gibt es noch einen extra Code, wo er das Bild eben auf diese Größe skalieren kann. Das Problem ist einfach hier, dass ich nicht davon ausgehe, dass das Bild dann auch nochmal optimiert wird durch irgendein Programm. D.h. meiner Meinung nach, es sollte nicht in der Qualität verbessert werden. Ich bin mir aber nicht sicher. Dann habe ich ihn gefragt, was muss ich jetzt hier genau einsetzen? Ich bin ein Programmier-Noob. Ich kann doch nichts. Entschuldigung, habe vergessen, dass du nichts kannst. Okay, hier ist der richtige Code. Den habe ich eingefügt. Dann habe ich das Ganze getestet, habe einen Error bekommen. Dann hat er mir gesagt, sorry, mein Fehler. Hier ist der neue Code. Das skippe ich jetzt hier mal relativ schnell durch. So, beim nächsten Versuch hat es schon wieder nicht funktioniert. Da habe ich es wieder angegeben. Ja, kein Problem, das kann auch mal einem Sensei passieren. So, hier hat er scheinbar was vergessen. So, hier haben wir den finalen Code. Wir lassen es laufen und schauen, was passiert. So, man sieht halt nie, dass er im Hintergrund arbeitet. Das verwirrt mich immer grundsätzlich. Genau, deshalb habe ich jetzt einfach mal den Ordner geöffnet. Und, ja, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. So, und das ist das Ergebnis. Erste Bild. Hochskaliert, leicht verpixelt. Nummer 2 und Nummer 3. Hier, das ist 4K. So, das zweite Bild. Hier sieht man es eigentlich schöner. Hochskaliert und 4K. So, einmal der Guthaben-Check. Ja, und das hat uns auch dann wieder 10 Cent gekostet. Genau, hier siehst du dann auch nochmal die Anzahl der Pixel und die Größe der Datei. Also, die 4K-Version ist natürlich nochmal viel größer. Die könnt ihr dann auf eurer Website verwenden. Besser nicht. Also, für den ganzen Installationspart und das Testing und so weiter habe ich jetzt 1 Stunde 51 gebraucht. Jetzt, wo das Ganze steht, kann ich Codes in, denke ich mal, 10 Minuten schreiben, maximal. Ich werde es weiter testen, werde einige Dinge ausprobieren und dann natürlich auch irgendwann in die Nische Geld verdienen gehen. Jetzt die Frage, hast du Bock auf sowas? Interessiert dich das? Dann könnte ich daraus eine Reihe machen. Mit dieser Möglichkeit können wir so effektiv werden. Natürlich kosten APIs immer so ein bisschen. Aber im Endeffekt sind das Peanuts. Genau, wenn wir jetzt 5 Dollar auf DeepAI haben, können wir jetzt zum Beispiel 100 Bilder nehmen, die in diesen Ordner packen, den Skript laufen lassen und das wird wie ein Maschinengewehr hochskaliert und direkt in den Ordner gelegt. Dann hast du 5 Dollar für 100 Bilder bezahlt und hast dafür natürlich Zeit gespart. Und so kann man sich Schritt für Schritt Codes basteln, wo du dann verschiedenste Arbeitswege per One Click einfach erledigen kannst. Das ist meiner Meinung nach der heftigste Game Changer, den es die letzten Jahre gab. Also jeder, der sich jetzt so ein bisschen aneignet und lernt, der wird in ein paar Monaten eine Maschine sein. Eine Effektivitätsmaschine. Wenn du dir jetzt denkst, okay, was bringt mir das jetzt Bilder hoch zu skalieren? Geh alleine mal auf Fiverr. Upscale Pictures. I will enlarge Upscale Image of Photo without losing quality. So, ihr erfahren. Was nimmst du denn? 2 Bilder, 5 Euro. Ja. Was kosten uns 100 Bilder? 5 Dollar. So. 11 Pictures, 20 Euro. Mach ein Angebot, wo du sagst, 100 Bilder, 20 Euro und du machst 15 Euro Gewinn. Mit Abzügen vielleicht 12 Euro. Ja, und was ist der Aufwand? Du kannst dieses Wissen ja monetarisieren. Du musst nur gucken, wo bietest du etwas an? Und hier siehst du auch, diese Dinger werden noch bestellt. Und 99,9% auf der Erde wissen eben auch nicht, dass das möglich ist. Genau, und die sind auch eben bereit dafür, Geld auszugeben. Wenn dich diese KI-Action interessiert, dann komm gerne auf den Künstliche Intelligenz Deutschland Discord. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Und ich sag dir, das war so ein gutes Gefühl, als es funktioniert hat. Es war einfach so cool.